Einen schönen guten Tag! Hier ist mal wieder Nessi auf Eurotrack Simulator 2. Jo, heute geht's nach... Merz? Oder Moiz? Oder wie soll sie sich heißen? Ich weiß es nicht. Schreibt ja im Video rein. Äh... Hortenien tut. Und jo! Dann geht's mal wieder los. Die Fracht habe ich schon an eine Angel. Und aber nach dem Intro geht's mal wieder weiter. Okay, bis gleich. Ich bin schon wieder in mein Führerhaus hier. Und die telefoniert uns selbst Simsen. Nimm deinen Rucksack und verschwinde. Meine Güte. Ey, das reicht mir langsam. Okay. Gut. Machen wir... Okay. Dann fangen wir mal langsam los. Ich weiß nicht, wie wir die Tate schaffen tun. Und... Ich weiß es nicht. Ich kann's leider nicht sagen. Ich weiß nicht. Aber sehr wenig Verkehr ist gut. Oh oh. Ich hab die. Gut, kommen wir mal wieder auf der Fort. Joa. Und meine Pedale, die quietscht, wie ihr das hören könnt. Jo. Was ist denn hier los? Ja, ich hab eigentlich nicht erwartet. Na also. Darf doch hier nicht wahr sein. Nimm der mir die Vorfahrt weg. Jo, okay, danke. Joa, 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 joa. Bleib jetzt stehen. Und du bleibst auch stehen. Und ihr auch. Du bleib stehen. Das darf doch hier nicht wahr sein. Die machen was die wollen hier. Nie, oder? Und gleich auf der Autobahn. Ach, Gott sei Dank. Juuu, dann fahren wir mal langsam los. Und tschüss, Paris. Auf Wiedersehen, Paris. War eine schöne Zeit. Ja. Paris. Ja. Auf Wiedersehen. Paris. Der Stadt der Liebe. Ja. Oh. Was? Was? Was mache ich denn jetzt hier? Ich bin doch richtig. Okay, ich kann mich noch wenden. Hä? Wenn ich noch nicht hingehen. Okay. Dann fahre ich eben so. Bitte wenden. Ja. Ich will ja wenden. Wenn die nächste Abfahrt kommt. Na supi. Zeit. Ich bin noch nicht in der Zukunft. Ich bin noch nie. Ich bin noch nicht engegen. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht in der Zukunft. Ich bin noch nicht in der Ohrne. Die gleiche, ach, toll. Die Sonne blendet, ach, toll. Boah, finde ich ein Tropsting toll. Die Brücke, wow. Kennen die gar nicht von Paris, äh, von Frankreich. Ja, ja. Okay. So, sind wir jetzt wieder richtig? Jupp, wir sind richtig. Ach, ist jetzt schön. Wir sind wieder richtig. Wir fahren los. Und hier ist wieder 70 erlaubt, Jörgi. So, ich soll mal wenden. Ach so, machen wir doch mal. Den wenden wir mal. Oh, das ist interessant. Jo, das ist wirklich mal interessant hier zu fahren. Gut. Oh, die Hohreise. Das ist so toll. Ach, ich habe wieder 70 erlaubt. So. Aha. Hier im Eimer sich verfahren. Das war's. Kann man hier an der Strecke wieder zurückfahren? Och, Mono. Find ich jetzt gar nicht so schön. Aber die Häuser, die sind so toll. Kann ich jetzt nicht rausgehen. Warte mal, ich bleib mal kurz mal stehen. Wow. Oh, ja. Oh, ja. Jetzt mache ich mal hier. Ich mache mal ein Foto. Hallo? Hallo? Gut. Muss ich etwas anders machen mit dem Foto. Ich weiß nicht, was hier los ist. So. Zurück. Und. Und. Ja. Ach, hoch und runter. Genau. Höp. So. Okay. Alles scharf stellen. Das war nichts. Okay. Gut. Mit einer Aufnahme macht das mal. Guck mal, der blinkt. Gut. Aber du wüsst nicht, warum das nicht funktioniert hat. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber jetzt finde ich so toll. Das hier alles. Wow. Okay, ich steige mal rein und fahre mal wieder weiter. Aber finde ich echt toll, die Stadt hier. Dies ist richtig toll. Juhu. Ja, es dauert wieder ein bisschen, bis ich wieder meine Geschwindigkeit habe. Juhu. Das war mein Dingchen, mal da vorbeizufahren. Juhu. Aber echt toll. Hm? Hier, wieder aufpassen. Jetzt gleich wieder. Aber jetzt. Ja, ich habe die. Das ist nur Rollen. Das ist nur Rollen, was ich jetzt machen kann. Okay. So, jetzt sind wir wieder richtig auf meine unsere Fahrt. Oh, mit der Häuser? Jetzt finde ich echt toll. Noch mehr Häuser. Leider nicht. Uiuiuiui. Man soll ja mal auf die Straße gucken. Juhu. Ja, das muss man. Juhu. Ach, ich bin heute irgendwie wieder. Hat mir irgendwie irgendwie ein Klon Dolly wieder wieder aufgefressen, oder? Ja. Wie es aussieht. Oh, das ist die die neue MIP. Und jetzt vernicht noch die die wie heißt es nochmal? Ähm für die Frankreich-Ring-Tour. Oh, da will ich jetzt mal eine ganze Menge in Frankreich erst mal erfahren. Jo. Das würde ich machen. Aber es ist schön, wenn man 90 fahren kann. Hä, Paris? Hä? Okay. Und gehen wir hier lang? Gut. Okay. Bremsen, 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 Bremsen. Es war wieder viel zu schnell. Okay. Jetzt wieder weiter. Ich weiß nicht, wie viel ich verkehre hier. Hm. Seltsam. Seltsam. Sagt er. Frisch. Oh Gott, ich habe Wügel-Wügel-Langsam Knudel hier aufgefressen. Hä? Ich habe ihn nicht gesehen. Der Bus hat eine Pfanne. Jo, der Bus hat eine Pfanne gehabt. Ich habe ihn auch noch nicht erlebt. Äh. Okay. Hier geht's. Okay. Aha. Gut. Gut. Geht halt geil noch. Och. Guck mal den Bus da an. Netto. Guck mal. Ein Netto. Mit dem schwarzen Hund. Gut. Hallo. Auch vorhin gesagt. Es ist schön, wann hier weniger Verkehr ist. Und jetzt? Erstaunt sich nicht alles. Oh, eine Sauerei. Ey. Darf doch nicht wahr sein. Die fahren doch wie die wollen. Wie Ika jetzt. Nicht. Oh. Oh, weia. Habt ihr das gesehen? Oh, wacke. Ich bin hier rüber. Das heißt ja, richtig reagieren. Jo, hat nicht geknallt. Nein. Oh, weia. Wollen wir mal tauchen? Mal gucken. Wie spielst du jetzt ja mal haben? Wie lange bin ich schon auf? Innen? Oh, nee, oder? Nee. Hä? Warum? Ich bin heute, oder? Oh, nee, oder? Oh, nee, oder? Oh, nee, oder? Ey, Leute. Ich bin heute irre. Ja. Hallo, Kollege. Jetzt ist dein Lebensschreck gekriegt! Auweia! Warte mal, ich mach mal noch ein kleines Foto! Das muss sein! Das muss sein! Es hat nicht geknallt, Leute! Es hat diesmal nicht geknallt! Ich bin einfach mal vorbei, Herr Twisty! Jo, dann weiter gehts! Hoffentlich seid ihr jetzt weg! Und? Der steht immer noch da! Willst du nicht fahren? Ich kann nicht fahren, Leute! Hier steht jemand! Ah! Jetzt! Na also, geht doch! Jetzt geht er doch! Ach ja, was hab ich denn vorhin gemacht? Ich bin einfach hier! Ich bin einfach hier! Ech! Die Maut! Aber das stört eigentlich in Wirklichkeit! In Deutschland wird das auch Gott sei Dank nicht Arbeit sein! Mit so einer Maut, die wieder anders sei! Wir haben so eine Plakette und überall Kamera! Wie in... Heißt es doch wie England? Ja! England in... Ähm... Wie heißt das nochmal? Ähm... London! Da haben wir dich ja auch so gemacht! Jo! Ähm... Auf jeden Fall gehts richtig! Ja, du passt richtig! Okay! Hör mal schön geradeaus! Jo! Das ist doch toll! Finde ich das... Äh... Ich sag das immer wieder! Eure Track Simulator 2 ist das beste Wörter, die ihm tut! Juh! Wie kannst du sagen, was du willst? Nö. Lass dich nicht durch. Oh, das klingt so toll. Überhaupt hier alles. Ich weiß gar nicht, wenn es wirklich so ist, wenn wir jetzt im Dusch gefahren sind, Autobahn, dann kurz die Autobahn verlassen, ganz kurz. Das weiß ich gar nicht. Wenn jemand sagen kann, wenn es wirklich so ist, ey. Entschuldigung. Jetzt kann man jemand mal reinschreiben. Wirklich so ist jetzt, wie jetzt da hinten, wie in, äh, Norwegen wollte ich gerade sagen, äh, Holland. Holland ist ja genau so, habe ich mitgekriegt. Auch so, wie jetzt, wie hier. Okay. Die nächste Maut. Oder? Das darf doch nicht wahr sein. Hä? So, okay. Gut. Dann nehmen wir wieder Gas. Aber ich schätze mal, das kann nur so sein. Nach einer Mautzone, da dürfen die keine Abfahrt machen. Dürfen die schon. Und dann muss da irgendwie dann zwischen den Mauten wieder, wieder so ein Teil sein, wo der Maut bezahlen muss. Das ist ja wie in Italien. Da haben die da auch so gemacht. Ja. Und. Und. Gut. Halt ein paar Minuten Zeit. So, diesmal fahr ich gerade aus. Diesmal lasse ich es nicht blenden hier. Wie vorhin. Querdurch die Tankstelle mit 90 km. So kann nur ich fahren. Kein anderer. Kann nur ich. Das darf ich. Nur ich. Naja, ich darf das nur. Ich bin jetzt so cool. Ich bin jetzt so super hier. Aber trotzdem habe ich leider einen kleinen Schaden. Alter. Aber warum bremst du? Ja, fahr mal lieber ein bisschen langsamer. War ja. War ja. War ja 90 in der Baustelle rein. Okay, war ja keiner, keine. Nix da, aber darf sie. Darf das nicht. Auch nicht ich darf das. Es darf keiner. Ah, ich bin jetzt so cool, das ist gut. Ist auch ein schönes Spiel. Ist nicht langweilig, macht richtig Spaß hier. So, und so viel. 44 Euro muss ich hier bezahlen für Dittstücke Autobahn. Hey Leute, oder? So, der nächsten Rastplatz ist meiner. Oder wir gucken mal nach, wo wir sind. Mit M. Ja, hallo. Ach Leute, wir brauchen keine Raststätte. Wir sind gleich da. K�i-Küfte nach oben. Verkauf, ruhig. Buhh, ruhig. Wires, ruhige. Dich, ruhig. Dich, ruhig. Dich, ruhig. Du 책st dir schon. Dich, ruhig. Dich, ruhig. Du, du. Dich, ruhig. Buhig. Da dich. Oh, da ist gar nichts hinten mehr. Es ist richtig dunkel. Oh, meia. Es ist dunkel. Da gibt man ja richtig Angst hier auf die Straße. Jo. Hier muss man die Händchen aufpassen, Leute. Oh, Gott sei Dank. Jetzt wird's wieder hin. Das war jetzt eben ein bisschen ulkig. Jetzt. Der auch wenn es die Händchen ist, ist das? Jo. Jo. Ich bleibe gleich stehen, oh Gott. Ja, haben wir die Erschrift? Uh, ist unruhig. Ah, mein Computer hat waschen zu tun. Oh ja, der muss ganz schön acker. Jupp. Achso. Aber es ist sehr schön hier. Oh ja, das ist sehr schön hier. Oh ja, das ist sehr schön hier. Könnte ich richtig tönen, wenn wir heute mal warten tönen. Uh, heute mal ohne Ding? Aha. So, wie steh' ich denn mal aus? Ich seh' gar nichts. 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 Und du siehst hier nichts. Ich seh' gar nichts. Ich seh' gar nichts. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich bin ein Raudi. Wie ja. Ja. Was sagt man das? Soll ich noch schlafen? Soll ich noch schlafen? Nö. Waren wir noch her, Leute. Okay, Leute. Hier machen wir mal Schluss. Oder? Ich guck mal nach. Wir gucken mal nach. Komm. Ähm. Auch hier. Ist doch gleich das nächste. Gut. Ich schneiden wir gleich einen. Dann sehen wir's doch gleich. Oh weia. Ich hab ja einen Eifelturm hier. Den seh' ich jetzt erst. Hallo Kollege. Wow. Oh Gott. Ja. Dann fahr doch mal. Oh Gott. So. Ja. Dann fahr mal kurz aus die Mutter. Dann gehen wir mal eine Runde schlafen. So ist mir das lieber. Ja. Wo heißt ihr? So. Und hier verabschiede ich mich jetzt. Von dem Euro Truck Simulator 2. Jo. Die sieht so toll aus die Stadt hier. Jo. Ich führte immer wieder. Jo. Okay Leute. Wir hören mal lieber mal auf. Wir haben mich noch gelabert hier unten noch gelacht. Okay. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Eure Nessie. Eure Nessie.